Hallo und ganz herzlich willkommen bei Herbst im Vorlesezimmer. Ja, ich sitze auf diesem schwankenden Steg. Es ist kalt, es ist grau, also richtig kalt. Meine Hände müssen Gott sagen hier nicht mehr viel blättern. Es ist windig und bis gerade gab es ganz viel Nieselregen. Der richtige Moment für dieses Gedicht von Friedrich Rückert. Herbsthauch, Herz, nun so alt und noch immer nicht klug, hoffst du von Tagen zu Tagen, was dir der blühende Frühling nicht trug, werde der Herbst dir noch tragen. Lässt doch der spielende Wind nicht vom Strauch, immer zu schmeicheln, zu kosen. Rosen entfaltet am Morgen sein Hauch. Abends verstreut er die Rosen. Lässt doch der spielende Wind nicht vom Strauch, bis er ihn völlig gelichtet. Alles, oh Herz, ist ein Wind und ein Hauch, was wir geliebt und gedichtet. Friedrich Rückert, ich wünsche dir und euch eine gute Herbstwoche, hoffentlich mit Spaziergängen und danach mit einem warmen Zuhause. Bis dahin alles Gute. Ciao. Bis dahin alles Gute.